Ja, hallo Leute, in diesem Video geht's um die neuen MacBooks, die Apple gestern auf dem Oktober-Event vorgestellt hat. Und alle Infos dazu, ob es sich lohnt, das Ding zu kaufen, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Freunde, Apple hat gestern am 27. Oktober 2016 drei neue MacBooks vorgestellt und das war's. Also sie haben nur drei MacBooks vorgestellt und auch nicht mit so vielen Neuerungen. Und ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen aufzeigen, was vorgestellt wurde und was denn jetzt so schön und neu an den neuen MacBooks ist. Ja, ich fange jetzt mal mit der kleinsten Neuerung an und zwar ist das das 13 Zoll MacBook Pro. Apple hat einen Nachfolger für das 13 Zoll MacBook Air geliefert und zwar ist das jetzt ein 13 Zoll MacBook Pro, das dünner ist als das MacBook Air und eben auch deutlich bessere Leistung hat wie ein MacBook Air. Sie haben auch leider das 11 Zoll MacBook Air, ja, verbannt, für tot erklärt, gibt's jetzt nicht mehr. Das 13 Zoll MacBook Air könnt ihr trotzdem noch kaufen und jetzt habt ihr eben ein neues 13 Zoll MacBook Pro. Ist eigentlich so wie davor, nur dünner. Hat wenige Anschlüsse. Das Ganze hat dann nur noch zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse und ein Kopfhöreranschluss und gibt's in den Farben Space Grau und Silber und hat eben die neue Tastatur, die das kleine 12 Zoll MacBook auch schon hatte. Ja, der Einstiegspreis bei diesem Modell liegt bei 1699 Euro, ist also schon etwas teuer, aber falls ihr auf der Suche nach einem mobilen Einsteiger MacBook seid, ist das eigentlich eine relativ gute Lösung, die auch ziemlich lange aktuell bleiben wird. Ja, dann hat Apple, wie schon vermutet wurde, ein neues MacBook vorgestellt mit einer OLED-Touchbar oben auf der Oberseite der Tastatur. Da waren ja früher immer die Funktionstasten wie Displayhelligkeit höher, Ton lauter und so weiter. Das hat Apple jetzt, die Tasten hat Apple jetzt gegen eine Touchscreen-Leiste ausgetauscht. Also wir haben jetzt über der Tastatur eine Leiste, die sich je nachdem, welche App ihr benutzt, anpasst, verschiedene Buttons anzeigt, verschiedene Bilder anzeigt und das ist eben ein Touchscreen, ihr könnt damit auch arbeiten. Sieht auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr cool aus. Nette Spielerei. Ich muss das Ganze aber noch im Alltag testen. Schauen wir mal, wie sich das dann dar schlägt. Ich bin auch noch sehr am überlegen, ob ich mir ein neues MacBook hole. Glaube ich bis jetzt nicht. Mal schauen. Vielleicht ändert sich das auch. Ja, was ist denn jetzt neu an dem neuen MacBook? Ja, ich werde jetzt zwischendrin mal ein paar Bilder einblenden. Das neue MacBook hat ein bisschen neueres Design. Das Ganze ist jetzt deutlich dünner geworden und deutlich leichter geworden. Es gibt es in Space Grau und in Silber und eben in 13 und in 15 Zoll Varianten. Ja, die Anschlüsse bei den neuen MacBooks wurden jetzt ersetzt. Vier Thunderbolt 3 Anschlüsse, die gleichzeitig auch USB-C Anschlüsse sind. Also habt ihr jetzt vier Anschlüsse, zwei links, zwei rechts und einen Kopfhöreranschluss. Sehr wichtig. Gibt es immer noch beim neuen MacBook, wo ihr verschiedenste Sachen anschließen könnt, wenn ihr die Adapter dafür habt. Denn es gibt keinen weiteren Anschluss. Der einzige Anschluss ist USB-C oder eben Thunderbolt 3. Dort könnt ihr zwei 5K-Monitore gleichzeitig anschließen. Schon heftig an einem Laptop, dass ein Laptop so viel Pixel betreiben kann. Schon sehr krass. Ihr könnt eben jeden der vier Anschlüsse verwenden, um das MacBook zu laden oder sonstiges anzuschließen. Was mich allerdings interessieren würde, ob ihr zwei Ladegeräte gleichzeitig anschließen könnt und dann das MacBook doppelt so schnell laden könnt. Muss ich ausprobieren. Ich berichte euch dann, ob das funktioniert. Wäre nämlich wirklich sehr, sehr cool. Zwei Ladegeräte anschließen und einfach doppelt so schnell laden. Ja, neben der Touch Bar, nennt sich das Ganze, auf der Oberseite der Tastatur, habt ihr ganz rechts einen kleinen Bereich, wo ihr Touch-IDs habt. Ist eben auch die Power-Taste, wo ihr den Mac anschaltet. Dort habt ihr jetzt aber auch einen Fingerabdruck, Laser, mit dem ihr online Sachen einkaufen könnt, Passwörter speichern könnt. Und das Coolste finde ich ist, wenn ich jetzt mein MacBook jetzt hier einrichte mit meinem Fingerabdruck und meine Freundin dasselbe macht, an demselben MacBook, muss ich nur den Finger auflegen. Und das MacBook wechselt automatisch den Benutzer und loggt ihn in den Account ein und ihr könnt sofort die Benutzer wechseln. Wäre eigentlich auch ziemlich praktisch für das iPad oder fürs iPhone, dass ihr mehrere Benutzer anlegen könnt und die dann mit dem Fingerabdruck wechseln könnt. Vielleicht kommt das ja mit iOS 11, weiß man nicht. Ja, die neuen MacBooks sollen auch eine Akkulaufzeit haben von 10 Stunden und das, obwohl das Display deutlich heller sein soll, deutlich mehr Farben haben soll, besseren Kontrast haben soll. Wir haben auch neue Prozessoren, neue Grafikchips und ein neues Force-Touch-Trackpad. Das ist zweimal so groß wie das alte und sieht ziemlich riesig aus auf diesem, zumindest beim 13 Zoll MacBook. Da sieht das riesig aus auf dem Bereich bei der Tastatur und beim 15 Zoll ist es eben dieselbe Größe, sieht nur halt von den Verhältnissen nicht ganz so riesig aus. Die Tastatur ist auch neu. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Tastatur bei dem 12 Zoll MacBook ausprobiert habt. Wenn nicht, müsst ihr das mal machen. Die Tastatur ist aber eigentlich genauso, nur ein bisschen weiterentwickelt. Es ist nämlich die zweite Generation dieser ultraflachen Tastatur. Und auch wenn ihr die Tasten an der Seite drückt, drückt ihr die komplette Taste runter. Also es ist dafür da, dass die Tasten deutlich schmaler gemacht werden können und dass ihr halt deutlich besser tippen könnt. Finde ich. Man kann wirklich sehr, sehr gut drauf tippen. Ich habe jetzt hier ein paar Daten. Ich werde mal ein bisschen vorlesen, falls ihr euch noch nicht erkundigt habt, was es für Daten gibt und was die Preise sind. Das kleinste 13 Zoll MacBook Pro mit der Touch Bar und Touch ID hat 2,9 GHz Dual Core i5, 8 GB RAM hat das Ganze und 256 GB SSD Speicher. Und die Intel Iris Graphics ist so ein Onboard Grafikchip. Ist also nicht das Beste und das Ganze bekommt ihr für 2.000 Euro. Müsstet ihr euch überlegen. Gibt es natürlich ein Space Grau und ein Silber, wie die anderen Modelle auch. Und ist halt das kleinste MacBook mit der Touch Bar. Ziemlich teuer, würde ich sagen, für die Leistung, was es hat. Es gibt auch leider kein Quad-Core, sondern nur Dual Core bei dem 13 Zoll MacBook. Dann gibt es noch ein 15 Zoll MacBook Pro. Das kleinste von denen mit Touch Bar hat 2,6 GHz Quad-Core i7, 16 GB Arbeitsspeicher und auch 256 GB SSD Speicher, der wirklich sehr, sehr schnell sein soll, wie ich gehört habe. Von AMD die Grafikkarte und zwar die Radeon Pro 450 mit standardmäßig 2 GB Speicher. Könnt ihr upgraden auf 4 GB Speicher, kostet dann eben nochmal ein bisschen mehr. Und die mit Touch Bar, die MacBooks, haben eben 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse und das ohne Touch Bar hat dann eben nur 2 Thunderbolt 3 Anschlüsse. Ja, das kleinste 15 Zoll mit Touch Bar kostet 2.699 Euro, was ich relativ heftig finde. Ihr könnt auch das 15 Zoll MacBook Pro so vollhauen. Ich glaube, dann hat es 2,9 GHz Quad-Core, 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB SSD und der Grafikspeicher ist auch nochmal auf 4 GB erhöht. Und dort zahlt ihr dann krasse 5.000 Euro für das höchste 15 Zoll MacBook Pro mit Touch Bar. Könnt ihr ja mal sacken lassen. Das ist ziemlich heftig. Aber muss ja nicht jeder kaufen. Der, der das braucht, der so viel Leistung braucht und so weiter, der hat dann auch das Geld. Meistens wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja, ich bin nur überlegen, ob ich mir ein neues 15 Zoll MacBook Pro holen soll. Allein wegen der Touch Bar, um es ein bisschen auszuprobieren, wie es im Alltag so ist. Und meine Kröte aus 2014, die ich habe, also mein aktuelles 15 Zoll MacBook Pro, hängt schon ein bisschen beim Schnallen. Man merkt schon, Final Cut hängt sich schon ein bisschen auf. Deswegen muss ich überlegen. Ja, sagt mir doch mal, was eure Meinung zu den neuen MacBooks ist. Schreibt sie in die Kommentare. Meine Meinung dazu ist, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Computer seid, nach einem neuen Laptop und es ein MacBook sein soll. Die neuen MacBooks sind wirklich top. Sollen wirklich super schnell laufen. Die Touch Bar ist eine super neue Erfahrung. Falls ihr das Geld habt, kauft euch das Teil. Das lohnt sich absolut. Falls ihr nicht unbedingt das Neueste haben müsst und auch nicht so viel Geld habt, könnt ihr ja mal bei Apple vorbeischauen. Die haben generalüberholte Produkte. Heißt, das sind entweder aktuelle oder vom letzten Jahr die Geräte. Die es deutlich günstiger gibt. Könnt ihr ja mal anschauen. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten, es gibt nichts auszusetzen, das Modell vom letzten Jahr zu kaufen. Es gibt auch sicherlich viele Leute, die jetzt ihr aktuelles verkaufen wollen fürs Neue. Könnt ihr auch mal da reinschauen. Ebay Kleinanzeigen und so. Gibt bestimmt jetzt tausende MacBooks, die da verkauft werden für das Neue. Lohnt es sich, es abzugraden, falls ihr das letzte MacBook habt. Ich weiß es nicht. Falls ihr das Geld habt, unbedingt das Neueste haben wollt. Ein bisschen mehr Leistung wollt. Besseren Display haben wollt. Unbedingt diese Touch Bar haben wollt. Dann kauft es euch. Habt Spaß damit. Gönnt es euch. Ansonsten, ihr müsst es unbedingt nicht haben. Wenn ihr nicht unbedingt hier dieses Gefummel haben wollt mit diesen ganzen Adaptern. Ihr müsst euch einen Adapter kaufen, um euer iPhone am MacBook zu laden. Könnt ihr ja schon mal überlegen. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Von mir aus war es das jetzt zu diesem Video hier. Ich hoffe, ich konnte euch auf dem Laufenden halten, was die MacBooks betrifft. Und falls ihr genauso ein Apple-Freak seid wie ich oder einfach auch immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ist kostenlos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.